Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight. Welli, welli, welli! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Entwickler haben endlich was zum neuen Update gepostet. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen, beziehungsweise es ist wohl ein kurzer Teaser. Aber wir gehen noch mal ganz, ganz schnell zu Dagobert vorher. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, es wird auch ein Release-Datum verraten. Das ist sehr, sehr geil. Ich denke, dass es nächste Woche kommen wird. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch zwei Wochen dauert. Und sie hauen einfach mal um 15 Uhr jetzt was raus. Das machen die jetzt immer. Das machen die jetzt immer eine Woche vor dem Update. Hauen die um 15 Uhr dann irgendwie so einen Teaser raus. Oder irgendwie eine Erklärung oder einen Trailer oder sowas. Das ist Wahnsinn. Wir gehen erst mal zu Dagobert, Leute. Ui, 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 ui. Ich bin gespannt. Oh, das ist ja richtig, richtig cool. Ja, mal gucken, was es wird. Ja, Mulan wird auf jeden Fall kommen. Mal gucken. Mehr weiß ich leider auch noch nicht. Sternfahrt wissen wir ja schon ein bisschen Bescheid. Und ja, dass dieses komische Eichhörnchen kommt. Mal schauen. Schreibt gerne eure Erwartungen in die Kommentare. Erstmal bei Dagobert schon. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Bitte kommt es nächste Woche. 27.26. Da wäre meine Vermutungen richtig gewesen. Acht Wochen nach dem letzten Update. Okay, wir haben hier nichts Neues. Ich würde sagen, legen wir los. Gehen wir rüber. Genau. Sie haben wieder was gepostet. 15 Uhr. Ich habe es gerade jetzt erst gesehen. Und eine Viertelstunde später. Disney Dreamlight Valley. Entschlossenheit. Feuriger Geist. Update-Vorschau. Gibt es einen besseren Weg, eine Woche voller Vorschauen für unser nächstes Update zu beginnen? Genau diese Woche wird es ganz, ganz viele Vorschauen geben. Sie werden ganz viel zeigen und so weiter. Als zwei neue Charaktere zu enthüllen. Okay, wir werden den zweiten kennenlernen. Die dem Valley beitreten. Und vielleicht sogar ein Startdatum. Startdatum. Courtney. Pronomen, Ski und Hör. Community Developer. Also Community Entwickler. 27 Sekunden geht es. Okay. Ich würde sagen, legen wir los. Warte, ich mache es nochmal groß. Kann man es nicht groß machen? Nee, das ist was anderes gewesen. Let's go. Ah. 26. Mulan. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Oh ne. Oh ne. Nein. Der kommt als richtiger Charakter. Neue Gebäude. Ja, ja, ich stay tuned. Ui. The Lucky Dragon. Free Update. 26. Ja. Nächste Woche Mittwoch kriegen wir das Update. 15 Uhr. Sehr cool. Okay, da waren meine Berechnungen ja richtig. Sehr, sehr gut. Das freut mich. 1. Mai habe ich auch schon richtig erraten, sozusagen. Sehr, sehr cool. Oh, die neuen Klamotten. Wie schön. Oh, die sind ja richtig, richtig schön hier. Oh, da müssen wir nochmal alles durchgehen, eben ganz kurz. Oh, wie cool. Oh. Das müssen wir jetzt frame für frame durchgehen. Okay, was haben wir hier? Da haben wir Mulan. Ist hier irgendwas Neues? Diese Tee-Tassen. Das ist dieser Baum. Der Baum ist neu. Das ist ein richtiger Kirschblütenbaum. Wir hatten ja sonst schon den aus diesem Mondstein-Shop mit dieses Rot-Set war das ja. Jetzt kriegen wir einen richtigen Kirschbaum. Also so ein Kirschbusch muss das sein. Man sieht unten ja auch so ein bisschen die Wurzel. Und hier, sie kriegt auch so einen eigenen Laden oder sowas, glaube ich. Irgendwas Eigenes kriegt sie hier auf jeden Fall. Weil Klamotten, ja, sieht aus wie Mulan, ne. Da würde ich mir sogar gerne noch einen neuen Skin wünschen, muss ich tatsächlich sagen. Der ist ein bisschen langweilig. Aber da nochmal so ein richtig schöner Kimono oder so. Für 5.000 Mondsteine. Ist gekauft. Ich habe sogar schon drei Cozy-Editions wieder bestellt. Damit wir uns den ganzen Kram leisten können. Da habe ich 45.000 Mondsteine. Das Update wird nächste Woche wieder sehr teuer werden. Es wird wahrscheinlich wieder ein Traumbündel kommen. Ich denke mal, es wirklich ein Traumbündel kommen wird. Die werden ja nächste Woche, diese Woche noch mehr verraten. Darum lasst gerne ein Abo, Like da. Aktiviert gerne die Glocke. Wir werden natürlich alles vom Update durchgehen. Es wird sehr, sehr aufregend. Ich habe eine Gänsehaut. Ja, da habe ich erstmal 45.000 Mondsteine. Das wird teuer. Neue Shop-Sachen kosten 10.000 Euro. Wir müssen den Premium-Pfad wieder kaufen. Wahrscheinlich wieder Traumbündel kaufen. Das wird sehr krass wieder werden. Ich musste mir drei Cozy-Editionen bei Otto bestellen. Das arme Geld. Das tut mir sehr, sehr leid. Zum Glück verkaufe ich die Spiele nach der Code-Eingabe dann wieder. Das ist sehr, sehr gut. Macht das auch. Das ist ein guter Tipp. Haben auch schon viele von euch gemacht. Falls ihr eine Playstation habt, da geht das mit der Cozy-Edition. Aber cool. Ja, guck mal. Ja, die kriegt irgendwie einen eigenen Laden oder so. Das ist irgendwie... Das ist irgendwas Eigenes. Aber hier der Kirschblütenbaum. Den hätte ich gerne in groß. Bitte macht den in groß. Bitte, bitte, bitte. Ja, was ist die? Ja, die verkauft irgendwelche Sachen. Guck mal. Die kriegt einen eigenen Laden. Guck mal, so kleine goldene Blättchen und so. Das kann ja vielleicht auch nur Deko sein. Auch so weiße Sachen. Und wir kriegen Musho. Okay. Ja, finde ich cool als eigenen Charakter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie bringen Mulan und dann wirklich nochmal so einen ganz anderen Charakter rein. Ich weiß nicht, schreibt es in die Comics. Findet ihr das geil, dass er als eigener Bewohner kommt? Oder hättet ihr ihn lieber als tierischen Begleiter gehabt? Ich hätte gedacht, sie machen ja Mulan und der Drache ist immer so um ihren Hals drumherum. Dass sie praktisch als einen Charakter zählen. Das hätte ich cool gefunden. Oder ich hätte ihn mir als tierischen Begleiter auch sehr, sehr gerne gewünscht. Der vielleicht ein bisschen redet. Und so ein paar Gags zwischendurch reißt. Das hätte ich mir auch sehr, sehr gewünscht. Aber als eigener Charakter, ja, ist auch ganz cool. Er ist ja auch ein eigener Charakter. Ja. Kann man machen. Mal gucken, wie er so ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist sehr lange her, dass ich Mulan gesehen habe. Das letzte Mal war, glaube ich, wirklich in den 90ern. Ich glaube, es war echt in den 90ern. Und Anfang 2000er. Sehr, 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 sehr lange her. Aber cool. Er ist nur sehr, sehr klein wieder, ne? Ja, und dann sehen wir hier auch ein neues Haus. Das wird wahrscheinlich ihr Haus sein. Sollte sie nicht aus so einem Restaurant bekommen oder sowas? Oder ein Tee-Haus-mäßiges. Ja, das sieht aber... Ich mag diesen asiatischen Stil. Bitte in Sternfahrt viele asiatische Sachen bringen. Das wäre sehr, 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 sehr cool. Das Outfit von Mulan. Wie findet ihr, sieht Mulan aus? Ist das okay für euch? An die Mulan-Fans? Ist das in Ordnung? Bei Belle wurde ja immer oft protestiert, dass sie ein bisschen komisch aussieht. Mir ist wieder so warm, Leute. Es ist so schwül. In ein Dachgeschoss hier oben. Äh, ja. Alles klar. Nächste Woche Mittwoch. Sehr cool. Ja, praktisch acht Wochen nach dem letzten Update. So können wir praktisch immer rechnen. Da wird das nächste Update mit Rift in Time 3. Akt 3 wird dann Juli, Ende August kommen. Ne? Ja, genau. Da müssen wir Juli, Ende August wird dann Akt 3 ungefähr kommen. Ja, sehr, sehr geil. Und ich frage mich, guck mal, wie schön das aussieht hier. Oh. Also das Outfit finde ich sehr cool. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das sieht besser aus als das von Mulan. Ne? Ja, schön. Ja, er ist ein Charakter. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ich hätte ihn mir als tierischen Begleiter irgendwie gewünscht. Ich hoffe, das neue tierische Begleiter kommt. Vielleicht ein Panda-Bär oder sowas. Oder ja, Panda-Bär. Mehr chinesische Tiere fallen mir gar nicht ein. Das ist ja das Nationaltier der Chinesen. Ja, sehr cool. The Lucky Dragon. Ja, ich bin auch sehr, sehr lucky. Sehr, sehr lucky. Sehr cool. Genau, dann kriegen wir hier noch dieses Eichhörnchen. Viele sagen auch, das wäre, ähm, Capybara. Ich sehe da nur ein Eichhörnchen drin. Hier mit den Augenbrauen. Den Öhrchen hinten. Diesen dicken, buschigen Schwanz. Ich rede nicht von mir. Ich rede vom Eichhörnchen. Ja. Ne? Mal gucken. Wird wahrscheinlich im Sternfahrt natürlich sein. Und hier war natürlich auch nochmal dann der Sternfahrt. Mit der Grille. Das ist natürlich Mulan mit dem blauen T-Shirt. Das könnte alles Mulan sein. Die zwei Drachen. Ich weiß nicht, ob es auf Musho, ähm, hinweisen soll. Aber Drache heißt ja auf Englisch nicht Drache. Deswegen passt das eigentlich nicht. Das heißt ja irgendwie Glider, Paraglider oder irgendwie sowas. Da hatten wir uns ja angesehen. Genau mehr wissen wir bisher leider auch noch gar nicht, ne? Sternfahrt ein bisschen. Eichhörnchen, Eichhörnchen und wir wissen jetzt das Datum. Das ist sehr, sehr cool. Ey, ich freue mich. Geil, dass die das jetzt auch so, äh, so früh ankündigen. Immer eine Woche vorher. Und nicht immer erst am Freitag. Die haben das sogar mal ganz früher zwei Tage vorher angekündigt. Da haben sie es Montag rausgehauen, das Datum. Und dann kam es Mittwoch raus. Das war auch ein bisschen verrückt. Ja, ey. Lasst gerne ein Abo und Like da. Wir gehen natürlich die Patchnotes durch. Wir gehen alle Neuigkeiten die nächsten Tage durch. Die werden wahrscheinlich jetzt viel posten. Hoffen wir wirklich auf, ähm, auf Bugfixes. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Ich hoffe da, ich hoffe, das Spiel läuft nächste Woche einfach wieder rund. Dass nicht noch mehr Fehler auftreten. Weißt du? Erwartet aber auch nicht zu viel von Update. Ich denke mal, es wird ein kleines Update sein mit den beiden, ne? Wir werden Sternfahrt wieder kriegen. Traumbündelchen. Paar neue Gegenstände. Ich hoffe, einen neuen Shop für sie. Und hoffentlich einfach, dass das Spiel wieder rund läuft. Und dieser Unsichtbarkeits-Bug wieder weggeht. Würde mich sehr, sehr freuen. Alles klar, Leute. Ey, schreibt gerne eure Euphorie in die Kommentare oder auch nicht. Seid ihr aufgeregt? Gebt dem Spiel nochmal eine neue Chance. Wenn ihr aufgehört habt, damit zu spielen oder so. Würde mich sehr interessieren. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder streamen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.